Es ist sehr offensichtlich, worum es in dem nächsten Song geht. Deswegen werde ich nur den Titel verraten. Es ist der Bong-Song. War einst ein wilder Käse, Gaudai-Jung, Beste Wahl in ein Jahr. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. In meinem Mischelchen sitz ich hier im Wunderland, für 95 Cent geht der Trend zum Komfort-BH. Das neue Fashion Accessoire hänge ich mir an die Wände und meine Steuernummer wird Legende. Die Klebehaken gibt es nicht im Tetra-Pack, sondern im Dreier. Im Dreier? Jetzt haben wir uns selbst zitiert und damit schnell quittiert, woher die Phrase kam. Ist deine Mango faserarm? Faserarm! Schütz mich vor Sonnenstrahlen, vor Hitze und Ölen, vor Klasichthüllen. Was ist mit Folien? Schütz mich vor Sonnenstrahlung und Hitze und Ölen, vor Klasichthüllen. Denn weichmacherhaltige Folien mindern die Ausdrucksqualität. Ich habe Gras gesät. Kysanthemen? Hops! Lass ich mich nicht geben und nicht nehmen. Jetzt kommen wir zu unbequemen Themen, meine Gefühle für dich. Die gehen sicher nicht viral, sie sind wie Brokkoli. Neutral. Hast du das Problem mal bei der Wurzel gepackt? Wie Salat? Spagat. Exakt. Ist das Riech ein bisschen taktlos? Ist das Dachlos? Geht diese Beziehung auch kontaktlos? Du feige Blau! Ja, so blau, 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 blüht der Blau Gummik. Schütz mich vor Sonnenstrahlung und Hitze und Ölen, vor Klasichthüllen. Denn weichmacherhaltige Folien mindern die Ausdrucksqualität. Unwiderruflich ermächtig zum Einzugsverfahren belast' ich dich und lief dich zu jedweder Ankündigung wird auf einen Tag verkürzt. Ich hab den Staat gestürmt und ich die Saat gewürzt. Aufstrich! Rote B, Streichkrimi, wie geil, man tust du gut und dem Königis tut's weh. Rette mich mit Meeretisch, wir lieben deinen Duft, wenn wir an dem Deckel drehen. Irgendwo in Rio lausche ich dem Humustrio. Hattest du dabei Bummisch Bier? Nein! Kann man ja mal fragen. Mit der Limo spüle Japens Kühle nass, weil ich Avocado hasse. Oh, erziehen wir doch hier jetzt mal einen Schlussstrich. Muss nicht! Lustig. Hast du denn ein Künstlerpinsel-Set? In meinem Stockbett. Okay, das macht den Bock fett. Mir wird das hier zu bunt. Ich glaub, das ist der wahre Trennungsgrund. Das war die Rückung. Okay, und ich weiß alle, ihr alle jetzt, ihr habt eure Bungs dabei. Jetzt könnt ihr sie rausholen und gemeinsam mit uns diese wunderschönen Dinge schützen. Denn sie rufen danach auf ihrer Rückseite und gemeinsam mit uns, lasst uns das verbreiten. Schütz mich vor Sonnenstrahlung und Hitze und Höhlen, vor Klarsichthüllen in weichmacherhaltigen Folien. Mindern die Ausdrucksqualität, unwiderruf dich ermächtig zum Eistungsverfahren. Belast' ich dich und die Frise geht weder an Kündigung, wird auf einen Tag verküsst. Dankeschön. Aber... Für diesen Einkauf hätten sie 13 Punkte erhalten. Das ist eine Eins Minus. Es war ja klar, dass Sie die Ersten sein werden, die heute die Zeit... Das Zeitlimit kratzen würden, obwohl wir es ja schon wirklich deutlich verlängert haben. Aber das ist natürlich auch kein Wunder bei diesem Equipment, was Sie dabei haben. Und eins ist ganz klar, es wurde wieder bewiesen, die Handtasche von Shen Toxic enthält unendlich viele Instrumente, die man nur rausholen muss. Und das ist ganz klar, es ist ganz klar, es ist ganz klar. Und das ist ganz klar, es ist ganz klar.